Keine Ahnung, wie soll ich das jetzt machen? Mann, das hält hier nicht. Ich wollte das aber so gerne. Wir trinken heute den Torwächter, den Wernauer Torwächter. Siehste, kannst du ja auch nicht schreiben. Ja, hier. Prognose gibt's nicht mehr. Willst du? Ich sag Brumse, die Perle. Der Wernauer Torwächter, das Ketterbier ist eine traditionell gebraute, unfiltrierte, naturbelassene Bierspezialität. Mit einer Stammwürze von 11,7% und 26 Bittereinheiten bietet es dem Unisa ein vollmundiges und ursprüngliches Geschmackserlebnis. Wenn man auf die Webseite geht von Wernauer Torwächter, dann ist die Geschichte von dem Bier auch erklärt. Der Now hieß nämlich auch mal Bier Now. Ey, ich find's auch sehr super. Der Now mein Geschmack. Ja. Einst du, was du bemängeln kannst eigentlich auf Verschluss? Ja. Und das auf dem Kronkorken eine Strophe? Ja. Der Kronkorken, das ist das Problem. Soll ich schon mal spannen? Spann doch. Ist der jetzt gespannt? Ist der jetzt gespannt? Ist der jetzt gespannt? Die Sonne ist auf jeden Fall gespannt. Ja. Finger mal lang am Abschluss. Wir sind mal gespannt. Das macht lustig. Ich hab dusch. Ich brauch jetzt was zu trinken. Ich hab dusch. Ey, Kapchen. Und das ist dann hier nicht. Und Rico stellt das Bier einfach daneben. Ist okay, oah. Das geht schon, ja. Übrigens hast du das schon gesehen, ja. Wir schreiben heute mit den Testolieros Kohlschweiber. Wo kann man denn den bestellen? Tja, das weiß ich nicht. Gibt's den überhaupt noch? Nee. Das ist nur ein Unikat. Den kann man höchstens für 1000 Euro bei uns hier steigern. Und dafür kann man tolle Sachen im Shop kaufen hier. Genau. Schau mal rein. Im Prozess. Den klingt von sowas. Nee, ich auch nicht. Wir haben schon Messrittkellerbier getrunken. Naja. Ich würd jetzt nicht in den Laden gehen wollen und hier kaufen. Das war so schwer, ne? Mhm. Also, ja. Aber so schwer. Kommt aus der Region. Kriegt von uns auf jeden Fall einen Spezialpunkt. Das wird gerade mir jetzt eingefallen. Schöne Grüße. Nach Bernau. Ja, schöne Grüße. Ey. Ja, das stimmt auch noch nicht. Das war schon. Ja, haben sie. 100%. Jetzt testen wir vielleicht nächste Mal. Vielleicht rüber nächste Mal. Okay. Ich bin ja mal echt nicht gespannt. Dann nicht. Ist der Uwe da oder der Kack? Uwe! Also ich schmecke keinen Uwe. Das ist ja ein Pilz, ne? Das ist ein Pilz. Das ist ein Pilz. Also das ist ein Pilz. Das ist ein Pilz. Geil. Geil. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen besparten. Ne. Ja. Bin ich gespannt. Genau. Abonnieren und äh... Liken, teilen. Genau. Weiterverteilen. zum schluss noch mal schönen grüße an die bernoha brauerei also schaltet das nächste mal auf jeden fall wie ein das zunächst ja